Oh, nee, falsch. Ähm, ich muss sagen, diese Augen machen mir so ein bisschen Angst. Wie? Was? Hä? Wieso sind wir hier wieder? Oh, Mann. Sehr schön, ich weiß nicht, wie man hier wieder zurückkommt. Hey, hier wenigstens irgendwo eine Tür, äh, Tür wie, wo anderer Seite, ja gut, den hier benutzen. Na schön, dann waren wir dort. Ob wir wieder zurück, ja komm, gehen wir zurück wieder in die Wüste. Ach, ich brauch ja noch meine Lampe. Äh, dass man nicht irgendwie die Lampe mit dem Fahrrad kombinieren kann oder so, find ich ein bisschen schade. So, irgendwo hier muss es sein. Ach da. Moment, hier so und dann kann man Bicycle und geradeaus nach oben. Ja. So, wo sind wir lang gefahren? Wir sind nach oben gefahren, wenn ich mich nicht... Nee, nach oben nicht direkt. Ah. Oh, Juck. Sondern nicht hier sind wir nach oben gefahren, wenn ich mich nicht ganz irre. Äh. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Verwirrt. Ah, da oben war ja Night Fever. Ja, genau. Schauen, dadurch kommen wir nicht... Kommen wir hier irgendwie nach unten? Nö. Wir sind, glaube ich, nicht hier nach oben gefahren. Nö. Pff. So eine Scheiße. Nicht hier nach unten? Nee. Hä? Hier. Du wüsstest, was hier vor allem war jetzt mal nach unten. Wenn ich irgendwo nach unten ein Durchgang wäre. Hier auch nur... Nein. 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 Hier ist ein Durchgang. Was zum Henker. Oh, der ist halt wirklich die Partymeile hoch drei. Ah, wie geil, ey. Kann man da vielleicht irgendwie hin? Ich will die... Ah, ich will die Abmesser an. Ich will die Abmesser an. Nee, warte, da war noch was. Ah, da war doch was. Ich wollte... Nee, doch nicht. Doch! Nee, doch nicht. Ich bin ja gerade noch so ein paar potenzielle Schleichwege durchgegangen. Äh, äh, hier kann man nirgendwo lang. Unten hatte ich ja schon alles abgesucht. Right. Nein, nicht hier, hier, hier. Ach, so ein Scheißespiel. Ganz ehrlich, wie kommt man auf solche Ideen? Ich will auch so eine Kreativität besitzen. Ganz ehrlich. Waren wir nicht hier schon? Hä? Wieso ist denn hier auf einmal alles so frei? Ganz ehrlich. Wir können doch nicht so weit... Wir sind doch auch von links gekommen. Wir können doch nicht so weit nach oben gefahren sein, dass hier jetzt alles frei ist. Öh? Er ist so weit nach oben. Das war's für heute. Ich mein... Endlich mal wieder was hier, was man... Warum? Hier ist nix. Was bist du? Gib mir was. Gib mir ein Element. Alter, das ist doch... Ich hätte mich umgebracht, wenn ich solche Träume hätte. Meine Faser. Hallo? Ich will hier durch. Ich schlachte ihn ab jetzt. Keine... Kein Padang. Oh, blöd Idee. Am besten schläge ich mich direkt vor ihm. Aha. Ja, jetzt heult er. Toll. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar andere... Von den Dingens hier. Wie heißen das nochmal? Effekten. Wir müssten wahrscheinlich überall an jedem NPC... Oder alles, was nach dem NPC aussieht... Müssen wir wahrscheinlich die Effekte benutzen, die wir haben bisher. Was ein bisschen scheiße ist das da. Ich ehrlich gesagt... Hier waren wir doch auch schon gerade. Weil ich jetzt nicht so wirklich den Nerv besitze, wirklich alles nochmal durchzulaufen. Deswegen sage ich, wenn wir alles einigermaßen erkundet haben, dann beende ich sozusagen den Blind-Teil. Und wechsle dann um auf Wiki. Wie ich das dann genau mache, weiß ich nicht. Das ist vielleicht... Hier ist gar nichts. Doch, hier waren wir schon mal. Hier schon wieder ein Zaun. Hier kommt man nicht weiter. Jetzt sollte ich... Auf der anderen Seite des Zauns entlangfahren. Obwohl, das geht auch nicht so wirklich. Wie ich mir das zumindest vorstelle. Na, na, na... Na, na... Na, na... Ne. Das sieht jetzt anders aus. Der hat nichts getroppt Der hat nichts getroppt Der auch nicht Vielleicht auch irgendwie einen Stein an den Wänden Der hat nichts getroppt